Herzlich Willkommen! Wir sind hier in Siegen auf der Baustelle des Johann-Morris-Platziers und hier setzen wir zum ersten Mal unser neues Produkt ein, die Zurumi Connect Box und bei mir ist Peter Slangen, Werkstattleiter von FAST und er wird euch ein bisschen was erzählen über diese wunderschöne Baustelle und was es hier zu begleiten gibt. Ja, wie der André schon erzählt, sind wir hier in Siegen an dem Johann-Morris-Quartier. Wir haben hier eine Baustelle mit einer Fläche von ca. 3000 Quadratmetern und eine Ausschachttiefe von ca. 12 bis 13 Metern. Was man so jetzt unten sieht, da kommen drei Parkdecks drunter und ab einer Ausschachttiefe von 5 Metern hatten wir sehr starkes Grundwasser. Aufgrund, weil hier zwei Bäche bzw. Flüsse in der Nähe sind und von einem Fluss, der verzweigt sich hier unter diesem Bau. Wir haben von der Firma Zurumi eine Pumpenanlage installiert mit zwölf Pumpen, welche digitalisiert sind. Sollten da irgendwelche Probleme mit irgendeiner Pumpe auftreten, bekomme ich zeitnah und ziemlich schnell Alarme auf mein Handy und kann auch zeitnah die Probleme auf der Baustelle behelfen. So, hier ist der Hauptpanel. So, wie Sie sehen, in der Fronten des Pumpe, haben Sie vier Pumpe zu arbeiten, in Automatisch oder bei Hand, in Manual mode. So, in diesem Bild können Sie vier Pumpe zu kontrollieren. So, wie Sie sehen, wenn Sie eine Ausnahme von den verschiedenen Werten der Pumpen haben, Sie müssen viele verschiedene Komponenten in der Pumpe. Hier Sie sehen, dass Sie nur die Push-Batton für Start-Stop-Pumpe und eine Light-Ferror. Und die Haltung für die Hand-Altimation So this is the inside side of the panel and here is Surumi Connect. You can see here we have four measurements for the current values and this is very important for the main circuit. So we have actually four direct start modes for every pump and we are using some devices to control the pump but this Surumi Connect, this box is sending all or collecting all the data according to what is happening with the pump. So in this case when you have automatic mode or manual mode so you can collect all the information according to what is happening with the current of the pump and you can advise some wrong rotation, some fail, some overload and you avoid mistake, you avoid some damage and you can also have data for make the proper maintenance program in order to extend the life of the pumps. Why they are using Surumi Connect in this installation is because in the contraction side probably you cannot see where are the pumps and where is the water because the water is underground. so they need to dry it as much as possible in the faster time in order to continue putting the cement or the benton in the floor of the contraction side. So in this way you cannot see what is happening with the pump so you need to have some controlling system in order to know what is the behavior of the pump, how many water do you have or if you are saving or using the energy in the wrong way. So this is important because Surumi Connect is doing all these things and you can collect all this information for you and extend the life of the pump and also save money for the contraction side if you are making the best efficiency use of the energy. So here we are in the next point of this contraction side and just to show you the second panel. So actually it's the same panel like the first one and today we are going to install the third one. So this means we have the option to control 12 pumps from three panels and you can see all these 12 pumps only in the cloud. You need only one computer, one screen and you can see what is happening in 12 pumps at the same time. So this is very important to know about the Surumi Connect. Stronger for longer.